Okay, hi zusammen. Hier meine Übungsbeschreibung für die vier Top-Übungen gegen Rückenschmerzen. Wie ich schon im Blogartikel erwähnt habe, ist meist die Gesäßungskillatur, weil wir den ganzen Tag drauf sitzen, nicht aktiv bzw. nicht gut trainieren. Folgende Übung dafür. Man legt sich auf den Boden. Man kann das entweder ohne Gummiband nehmen oder man hat noch ein kleines Gummiband. Das kommt über die Knie. Man stellt die Beine auf. Ein bisschen Druck nach außen. Die Arme könnt ihr ablegen und dann hier das Becken hochbringen, den Po anspannen, Druck nach außen bringen und wieder senken. Das Ganze 10-15 Mal und denkt immer daran, dass ihr den Bauch reinzucht und den Po anspannt. Meine erste Übung gegen Rückenschmerzen.